Wart ihr schon mal im Möbelhaus und habt junge Paare beobachtet, wenn die sich die erste Wohnungseinrichtung kaufen? Wen hört man denn? Wen hört man denn? Sie! Ihr ist ja bloß im Beratung der Funktion dabei. Das heißt, ihr habt die Klappe zu halten. Hört bloß Sie! Schatz, 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 komm mal rüber, komm mal rüber, komm mal rüber! Schau mal, das Schlafzofa... Genau so haben wir es uns doch vorgestellt. Also jetzt nicht so in diesem Schwarz, wie das Schlafzofa jetzt dasteht, also mehr so in dem Andrazit. Du weißt schon, wie der Wohnzimmerschrank, den wir vorhin angeschaut haben, der mit der Milchglas-Scheibe. Ja, aber du hast doch heute früh gesagt, wie wir losgefahren sind. Schatz, du hast so recht, du hast so recht. Beisch geht auch, beisch geht auch, gell? Da müssen wir aber den weißen Wohnzimmerschrank nehmen. Du weißt schon, der mit der indirekten Beleuchtung. Ja, aber eigentlich haben wir ausgemacht, wie wir heute früh losgefahren sind. Schatz, du hast so recht, du hast so recht. Genau das ist das Schlafzofa. Also jetzt nicht so in dem Schwarz, sondern mehr in dem Andrazit. Und irgendwann steht der Möbelwachen vor der Haustür. Und der Mann steht bloß hinten dran und sagt... Und es dauert keine drei Sekunden, steht sie schon hinter ihm. Willst du mir was sagen? Ja, ich wollte ja eigentlich... Ich wollte ja bloß sagen, das haben wir gemeinsam ausgesucht. Aber eigentlich hat man ausgemacht, bevor wir losgefahren sind. Ja, hinten nach kann jeder kommen. Hast halt im Möbelhaus was gesagt. Ich bin nicht zu Wort gekommen. Das kann jeder Sachen. Dann lebt man gemeinsam in einer Wohnung mit Möbelstücken, die man eigentlich gar nicht macht. Über Jahre. Dann wird noch das Letzte rausgeholt. Dann werden die Möbelstücke verrückt verstellt. Am besten noch nach Feng Shui, wegen dem Energiefluss und so. Plötzlich steht der Wohnzimmertisch im Bad. Und der Esszimmerschrank steht im Schlafzimmer. Und irgendwann hockt der Mann vor der Haustür auf dem andrazitfarbenen Schlafsofa. Weil die Frau festgestellt hat, er passt am allerwenigsten vom Energiefluss in die Wohnung rein. Applaus 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 Vielen Dank.